Selbstbewusst statt unsicher. Wir haben das Ziel, deinem Kind ein positives Selbstbild und somit eine solide Grundlage für eine starke Persönlichkeit zu vermitteln. Dies fördern wir, indem wir Übungen und spezielle Spiele nutzen, damit dein Kind unabhängig vom Leistungsstand kleine und große Erfolgserlebnisse erfährt. Denn wir sind der Meinung, ein starkes Selbstbewusstsein ist ein Mosaik aus vielen kleinen Erfolgserlebnissen.